Zu später Stunde darf ich euch noch einmal sehr herzlich hier bei uns im Mediacenter begrüßen. Natürlich auch unseren Trainern, sorry, dass es ein bisschen gedauert hat, lag nicht ganz in unserem Einflussbereich. Trainer, nach einem 2 zu 0 am Ende leider nur 2 zu 2, deswegen nicht in der Europa League, aber trotzdem eine internationale Herausforderung. Warum hat es schlussendlich aus deiner Sicht nicht geklappt mit diesem ersehnten Heimsieg und damit Aufstieg? Ja, servus in die Runde. Wir sind gerade extrem enttäuscht. Ich muss mir ehrlich sagen, wir hatten, glaube ich, alles, was wir gebraucht haben für einen schönen Abend, für eine magische Nacht. Wir haben 2-0 geführt, wenn uns jemand gesagt hätte, 68. Minute, du führst daheim 2-0 gegen Braga. Und hast eigentlich auch das Gefühl, dass wenig, wenig passieren kann. Dann hätten wir es alle so unterschrieben. Und dann schenken wir das Spiel komplett selber her. Das tut weh, das ist sehr bitter. Wir waren, ich glaube, extrem knapp davor, uns für die Europa League zu qualifizieren. Und wir schenken einfach das Spiel in 5 Minuten her, wo wir einfach unkonzentriert sind, beziehungsweise Ballverluste haben. Oder falsche Entscheidungen treffen in der Defensive, um unsere eigene Box herum. Ja, die schwierig zu verkraften sind. Null Vorwurf von den Jungs. Die waren wahrscheinlich müde, haben falsche Entscheidungen getroffen, wenn wir dann morgen mal rausfinden. Aber es tut einfach weh so, in der Art, es nicht zu schaffen, wenn Braga Tore schießt aus dem Spiel heraus, beziehungsweise uns wegspielt und wir nicht hinkommen, alles gut. Aber so, bei der Führung, bei der Situation, wo du eher gemerkt hast oder gefühlt hast, wenn man noch einmal vor und durchkommt, dann machen wir erst Dritte, weil immer was in der Luft gelegen hat und wir gut verteidigt haben, dann tut es uns immer weh. Danke sehr. Christian, das Mikrofon kommt, wie üblich. Und erst dann die Frage stellen, bitte. Danke. Würdest du mir sagen, auch die Rapid-Tore waren natürlich sehr billige Tore? Ich meine, das Eigentor und der Verteidiger dann, der hat 10 Meter Vorsprung gehabt, aber ist egal. Aber war die Schlüssel, diese Phase nach dem 2-0, dass da ganz einfach, wenn da ein bisschen mehr Präzision da ist, da waren nämlich wirklich ein paar Momente da, die nicht fertig geschielt wurden, dass es dann wahrscheinlich zu diesem Doppelschlag gar nicht mehr kommen kann? War das für dich die Schlüsselphase? Also grundsätzlich fand ich die Tore nicht billig von uns. War ein guter Eckball, gut geschlagen, kommen wir ran, verlängern. Gegner kriegt ihn ab und das Zweite war richtig gut rausgespielt. Guter Ablauf. Ja, wie gesagt, in der Phase, bevor dann das 1-2 fällt, glaube ich, dass wir den Deckel drauf machen können. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen, da das Dritte zu machen, aber gefühlt ging es eher in unsere Richtung. Wir müssen da nicht das Dritte machen. Wir dürfen aber nicht einfach diesen Fehler machen zum 1-2 oder generell das Tor kassieren. Das ist einfach das Thema. Wir müssen da länger bleiben. Mit zunehmender Spieldauer wird der Gegner sicherlich auch noch offensiver und investiert mehr und gibt mehr Räume frei, wo wir dann einfach hätten reinstoßen können. Und durch diesen kurzen Moment geben wir jetzt das Spiel komplett aus der Hand. Dankeschön, gerne nächste Frage. Bitte, Flo, die Austria-Presseagentur. So gut das Spiel war, so bitter ist natürlich der Moment, die Rückschläge der vergangenen Spieler einfach. Wie wichtig ist es, vor dem Spiel am Sonntag gegen Salzburg möglichst schnell die Mannschaft wieder hinzukriegen? Wie gefestigt siehst du sie auch, dass sie das gut verkraftet? Ja, wir haben jetzt wieder wenig Zeit, zwei Tage, um die Köpfe zu richten. Das ist ein kurzer Abstand. Da geht es darum, Fusche reinzubekommen in den Körper, aber auch in den Kopf vor allen Dingen, das zu verarbeiten. Ich glaube, es hilft auf der einen Seite, dass wir daheim spielen, dass wir uns wieder freuen können auf ein schönes Stadion, auf eine gute Stimmung. Ich glaube, dass wir gut unterstützt werden, dass die Leute auch heute honoriert haben, was wir geleistet haben bis jetzt und was wir auch heute investiert haben. Ich glaube, das würde uns helfen. Und auf der anderen Seite müssen wir einfach auch Dinge umkehren. Wir haben eine Chance, wir haben uns qualifiziert für die Conference League, das darf man nicht vergessen, auch wenn es heute, seht es mir nach, mir eigentlich völlig egal ist. Ab morgen werde ich mich mit beschäftigen und würde es mich auch freuen, dass wir in der Conference League sind, aber heute war die Chance einfach viel zu groß und viel zu greifbar für die Europa League. Aber auch das hilft natürlich, dass wir da was vor der Brust haben und mit Salzburg natürlich einen Gegner, wo wir wieder eine gute Chance haben, daheim ein Ausrufezeichen zu setzen. Wir sind immer noch daheim ungeschlagen, wir haben alles gewonnen bis auf ein Spiel. Das haben wir unentschieden gespielt gegen Braga, gegen eine europäische Topmannschaft. Also von daher, das sind alles Dinge, die wir auch auf der Haben-Seite haben. Und so werden wir es dann auch drehen. Danke sehr. Bitte ganz nach hinten zum Kollegen Thomas Muck auf dem Kamerabodest. Trainer, zwei Fragen von meiner Seite. Auf der einen Seite, was überwiegt jetzt bei dir der Stolz auf die Willensleistung deiner Mannschaft, weil die Jungs haben ja wirklich alles auf den Platz gelassen und wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, oder dann am Ende doch der Ärger war die 140 Sekunden, wo ihr das Spiel eigentlich sehr leichtfertig aus der Hand gegeben habt. Im Moment ganz klar der Ärger und die Enttäuschung und die Wut darüber, dass wir es nicht geschafft haben, weil wir so kurz davor waren und einfach alles bereitet war dafür. Und wir, das Drehbuch war perfekt von den Zeitpunkten der Tore und vom Ablauf des Spiels und ja, war alles vorbereitet dafür und haben es aus der Hand gegeben, selber eigenständig aus der Hand gegeben. Und deswegen überwiegt aktuell definitiv die Enttäuschung. Niki Hedl hat die gelbe Karte gesehen, weil er beim Elfmeter nach seiner Aussage nicht auf der Linie gestanden ist, sondern dahinter. Du hast nach dem Spiel die rote Karte gesehen, hast du dem Schiedsrichter eine Pizzeria-Empfehlung gegeben in der Umgebung oder wofür war es? Ja, relativ simpel. Ich bin zu ihm hingegangen, habe ihn gefragt, ob er wirklich nach vier Minuten abpfeifen muss, weil die Nachspielzeit ja schon sehr viel Unterbrechung hatte und da kann man schon noch was drauflegen oder ist üblich, dass man was drauflegt normalerweise. Ich habe gefragt, ob er nach vier Minuten wirklich abpfeifen muss. Er hat ja gesagt, dann habe ich gesagt, congrats. Also Glückwunsch. Und da hat er mir rot gegeben. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man nach dem Spiel auf dem Spielfeld nicht mit dem Schiedsrichter diskutieren darf. Da sind sie sehr streng geworden. Er mochte das generell auch nicht. Und dann geht es ja viel um Außenwirkung. Also die Schiedsrichter wollen immer, dass man mit ihnen, wenn so spricht, dass keine Kamera das sieht. Da geht es einfach um Außenwirkung. Und deswegen ging es, glaube ich, nicht um meine Wortwahl. Die hat nicht dazu verleitet, mir rot zu geben, weil da war nichts dabei. Aber es ging einfach um die Außenwirkung, weil es dem Schiedsrichter immer sehr, sehr wichtig ist, dass sie in der Wahrnehmung gut wegkommen und dass man nicht mit ihnen diskutiert und dass sie souverän bleiben und dass sie dann einfach die Kontrolle über das Spiel haben und dass man da ruhig bleibt. Und man darf halt nicht gestikulieren, darf keine Emotionen zeigen und so weiter, sondern man muss immer ruhig bleiben und man darf halt nichts sagen. Und das ist schade. Das ist ein bisschen auch die Emotionen weg, aber im Endeffekt müssen wir jetzt damit leben. Zu der gelben Karte, keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Generell fand ich, dass er schon viel gelbe Karten verteilt hat. Ungewöhnlich für einen englischen Schiedsrichter, dass er da so klein nicht war mit den gelben Karten. Aber mein Gott, hat er halt so entschieden heute und dann ist es so. Danke, Thomas. Bitteschön. Natürlich überwiegt jetzt die Enttäuschung. Wie war jetzt die Stimmung in der Kabine? Konnte man die richtigen Worte finden oder war es jetzt eine Zeit lang still? Es war sehr still. Auch ich habe mich schwer getan, die richtigen Worte oder überhaupt Worte zu finden. Normalerweise weiß ich eigentlich schon nach dem Spiel, was ich sagen möchte und welche Botschaft ich drüber bringen möchte. Aber es ist mir jetzt auch selber sehr schwer gefallen nach dem Ende oder nach dem Spiel mit dem Ablauf, mit der Story. Und ja, deswegen werden wir uns jetzt alle sammeln, jeder nach Hause fahren und vielleicht schlafen, vielleicht auch nicht. Mir wird es jedenfalls schwerfallen zu schlafen und dann werden wir uns morgen treffen. Dann darüber sprechen morgen, Köpfe nach oben richten, Strategie auswählen, wie wir damit umgehen und uns auf Salzburgschule vorbereiten und uns vor allen Dingen auch auf die Conference League freuen. Aber aktuell merkt jeder, welche große Chance wir hatten und dass wir die halt einfach weggeschenkt haben. Und das merken alle in der Kabine drumherum, dass es gerade wehtut. Bitte dann eine Reihe nach hinten zum Kollegen Alexander Huber vom Kurier. Ich hätte eine Frage zum Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte, weil das 2 zu 0 war ja eigentlich auch euer erster Torschuss. Und ich finde, ich habe dann viel, viel besser es geschafft, den Ball nach vorne zu tragen und Prager auch wirklich hinten zu beschäftigen. Ich kann mich erinnern, du hast gesagt, man muss diesen Gegner beschäftigen, weil sie nicht so gerne verteidigen. Erste Hälfte war es wirklich ein leidenschaftliches Verteidigen. Aber was war der Grund? Was habt ihr geändert, dass man in der zweiten Hälfte eben bis zu diesen zwei bitteren Minuten den Gegner ganz oft in Verlegenheit gebracht hat? Ja, ich glaube, da hat natürlich das Tor eine große Rolle gespielt. Also es hat Selbstvertrauen gegeben, das 2-0, was so früh gefallen ist und hat natürlich den Gegner unter Druck gesetzt. Das heißt, sie hatten Dinge, die sie beschäftigt haben. Sie waren unter Druck, sie mussten und sie waren damit konfrontiert, ausscheiden zu können. Und uns hat es dann natürlich Selbstvertrauen gegeben. Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen länger am Ball bleiben, wir müssen ruhiger sein mit Ball. Wir müssen einfach mehr Stationen spielen, wir müssen den Ball besser beschützen. Und dann werden wir uns die Situation auch ergeben, beziehungsweise die Räume werden sich ergeben. Und so war es dann auch. Und das haben wir die Jungs selber gemerkt schon in der ersten Halbzeit, dass wir zu wenig Kontrolle hatten, zu wenig Ballbesitz und der Ball wieder zu schnell weg war. Und wie gesagt, das Drehbuch war heute super mit diesem 2-0. Und es hat uns Vertrauen und Stärke gegeben. Und wir hatten dann einfach viel mehr Situationen auch nach vorne und hätten auch die einen oder anderen noch besser ausspielen können. Aber da wollen wir nicht zu verfressen sein. Das war ein Überraschen, okay. Bitte, Flo gerne noch einmal. Was ist jetzt der Schlüssel, um diesen sehr guten Sommer eigentlich, diesen guten Saisonstart, sie von der letzten Phase nicht kaputt machen zu lassen? Jetzt kommt die Länderspielpause. Ihr habt sehr viel gut gemacht am Anfang der Saison. Ist es das Spiel am Sonntag? Die Reaktion, was ist das Entscheidende aus deiner Sicht, dass man aus diesem Sommer positiv rausgeht und nicht mit hängenden Köpfen? Ja, jetzt geht es einfach darum, dass wir zwei Tage Zeit haben, dass wir daheim ein Spiel haben, habe ich schon gesagt, gegen Salzburg vor allem ein Publikum. Dass wir da einfach nochmal alles rausholen, alles rausholen, was wir haben. Natürlich sind wir müde und haben viel gespielt und mussten durchgehen und haben extrem viele Pflichtspiele schon in den Beinen. Letzte Woche Donnerstag vor dem Münchspiel gegen Prager haben wir schon gesagt, dass wir jetzt einfach noch zehn Tage voll durchziehen. Und dann ab Montag in der Länderspielpause schnaufen wir mal kurz durch. Bis dahin müssen wir aber einfach noch Vollgas geben, jeder einfach alles investieren, alles dafür tun, dass wir Erfolg haben und dass wir bereit sind am Platz. Und genau darum geht es jetzt, die nächsten zwei Tage sich so vorzubereiten, dass wir Sonntag wieder einen rausblasen können. Und dann schauen wir mal, dann werden wir Bilanz ziehen, wo stehen wir in der Tabelle, was haben wir für Punkte gesammelt, wir sind in der Conference League. Und dann werden wir justieren, beziehungsweise werden auch sehen, ob wir was verändern müssen, ob wir darauf bleiben. Und aktuell trotzdem, wenn ich das Spiel heute auch nochmal betrachte, war es wieder eine gute Leistung daheim in Summe, die wir uns leider halt kaputt machen durch diese kurzen Minuten der Unachtsamkeit. Und deswegen können wir da schon dann aufbauen, auf dem und auch auf den letzten Heimspielen, die wir alle hier hatten. Und genauso werden wir es am Sonntag auch wieder angehen. Danke, Christian, bitte. Ist das irgendwie so eine alte Geschichte, ist so ein Klischee, dass Jansson schießt ein tolles Tor, macht dann das als faul? Ist das so eine Geschichte, dass Stürmer oder Offensivkräfte im eigenen Strafraum immer ein bisschen Gefahr auch sein können? Weil es war schon ein sehr patschertes Foul, wie wir Wiener sagen, patschert. Wie bitte? Es war patschertes Foul. Tollpatschig. Wir Wiener sagen tollpatschig, sagt sie. Ja, wir Wiener sagen patschert. Ist das so ein Klischee? Ja, wenn man sich die ganze Szene betrachtet, vorher schon, dann ist es ja der Isak, der einen weiten Weg zurück macht und den Ball zurückerobert. Vorher schon, also wo wir den Ball gewinnen, ist es ja der Isak selber, der einen extrem langen Weg hat und uns aushilft hinten und das extrem fleißig macht und gut macht. Dann haben wir den Ball, bringen uns selber in Bedrängnis und er hat dann einfach einen kurzen Moment, wo er einfach, glaube ich, unkonzentriert ist, nicht damit rechnet, dass der Gegner so intensiv nachsetzt. Und ja, das passiert dann einfach und dann will er einfach seinen Fehler wieder korrigieren und korrigiert den Fehler mit einem weiteren Fehler, indem er einfach foult. Das ist, glaube ich, noch nicht mal mit Absicht, sondern einfach, wie gesagt, unbeholfen oder das Wort, was ihr halt sagt, keine Ahnung, kann sich aussprechen. Aber das ist einfach unbeholfen in dem Moment und ja, deswegen schade drum, aber wie gesagt, kein Vorwurf. Er arbeitet zurück, holt sich den Ball und trifft dann einfach die falsche Entscheidung. Danke sehr, damit alles beantwortet von der Rat. Christian hat noch eine Frage. Meierhofer, bitteschön. Robert, ich habe mitgekriegt, ich glaube, da braucht man kein Prophet sein im Fanlager, ist die Stimmung extrem positiv. Auch was du machst, ich habe da jetzt ein WhatsApp von mir, von einem Rapid-Fan, der mal geschrieben hat, richtig geil, was wir machen. Und das ist ein Trainer. Ich meine, heute natürlich, das Ergebnis ist nicht so erfreulich oder halt, dass der Aufstieg nicht gelungen ist. Ist dir bewusst, was du schon weitergebracht hast? Gute Frage jetzt nach so einem Spiel. Das ist ein ausgeschiedener Brot kassiert. Fällt mir halt schwer, das positiv zu sehen. Ich kriege das selten mit oder wenig bekomme ich das mit. Was ich mitbekomme, ist, dass wir generell eine positive Stimmung im Umfeld erzeugt haben. Das ist gut, das ist wichtig, das brauchen wir auch bei den Fans, bei den Leuten im Umfeld, dass sie halt an uns glauben und dass sie sehen, dass wir die Dinge, die wir angehen, die wir auch nach außen kommunizieren, dass wir die umsetzen und dass das nicht nur Gerede ist, sondern dass wir dann wirklich dahinterstehen und das auch tun. Und das ist wichtig. Und nochmal, ich sehe mich ja da als Teil dessen, also Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung, Zusammenarbeit mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft, sehe ich mich ja da als Bindeglied zwischen den ganzen Bereichen. Das bin ja nicht ich alleine. Und aktuell, wie gesagt, haben wir ein gutes Gefühl und vor allen Dingen merken wir auch, dass die Dinge, die wir angepackt haben, in die richtige Richtung gehen. Haben noch Schritte zu tun, sind noch längst nicht da, wo wir irgendwann hinwollen, weil wir einfach dann, wie gesagt, sonst hätten wir uns heute wahrscheinlich schon qualifiziert, sonst hätten wir auch in Linz gewonnen, wenn wir schon weiter wären. Aber das wissen wir auch und wir wissen auch, dass Rückschläge einkalkuliert sind. Das heißt nicht, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen wollen, aber wir sind nicht blauäugig und wissen, dass wir einfach auch immer weiter arbeiten müssen, fleißig sein müssen. Und wir brauchen Euphorie, wir brauchen gute Stimmung, wir nutzen das auch, das ist wichtig. Und wir müssen aber schauen, dass wir einfach dann realistisch bleiben und das Ganze kanalisieren und richtige Bahn lenken. Und die Leute im Umfeld können gerne weiter positiv bleiben, das ist gut, das brauchen wir. Das tut uns, glaube ich, allen gut und uns weiter unterstützen, ins Stadion kommen und donnerstags ins Stadion kommen, aber auch sonntags, wenn wir gegen die WSG daheim spielen, auch ins Stadion kommen und positiv sein und unterstützen, weiter auswärts mitfahren. Ja, das freuen wir uns schon. Okay, ich glaube, das ist jetzt an dem für uns Grün-Weiße natürlich enttäuschend und ein schöner, positiver Abschluss gewesen. Ich danke für Ihr Interesse, Trainer, danke für die Zeit. Und wir sehen uns dann an gleicher Stelle hier am Sonntag gegen Salzburg und schauen, was wir morgen, auf welche Gegner wir uns in der Conference League freuen dürfen. Morgen aus, los. Morgen 14.30 Uhr in Monaco. Fliegen wir hin? Fliegen wir mit dem Heli hier noch? Steffen und unser Main Contact sind dort, die fliegen um 7.15 Uhr weg. Die haben eine kurze Nacht, ja. Oh.